Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich Willkommen zurück zu Anna's Quest. Wir sind ja in Hans' Baumhaus und können uns hier erstmal noch umschauen. Wir haben in der letzten Folge sehr intensiv mit ihm gesprochen und hier ist der Babydrache. Können wir den mitnehmen? Okay. Will der vielleicht Kohle essen? Ah, sehr gut. Natürlich. So, was haben wir denn hier noch? Poster. Okay. Apparat. Eigentlich mit was tun? Okay. Reagenz ist das ein Bonbon. Warum auch immer? Da haben wir, glaube ich, jetzt zwei oder drei von gefunden, aber ich weiß nicht warum und wofür. Okay, okay, okay. Maschine. Okay, Werkzeuge. Okay, Trockeneis. Aber wir können das nicht einfach so mitnehmen, hat er gesagt, weil wir haben keine Handschuhe. Nee. Okay. Wir haben auch nur Kreide und einen Blasebalk. Okay, Baumhaus verlassen. Er hat auch gesagt, hier sei irgendwo so ein Biologiebuch. Da, Bücher. Er hat auch immer noch ein paar Neuebalken gefunden, jeder Woche von der Stadt. Ich versuche, dass er mit ihm weiterholt. Aber, jeez. Er kann Bücher viel größer, als ich kann. Mal sehen. Hans' Bücher sind ziemlich komplex. Normalerweise kann ich einen guten, aber. Es gibt Euclidean-Werks in Space- und Nummer-Theorie. Charles Babbage und der Turing-Equivalent. Okay, können wir uns das angucken? Bei dem einen Typ. Okay, wir müssen also erst damit anfangen. Warum ist die so bunt und kreiselt? Okay, dann gehen wir mal raus. Also die Blume hat ja... Ach, warte. Kann ich denn jetzt eigentlich hier weitergehen? Oder gehen wir da nur mit Hans hin? Okay. Erst machen wir da mit Hans weiter. Okay, äh, wir können sie nach der Farbe... Ne, nach den Kerzen fragen. Hi, Winnie. So. I heard you know how to make candles. Oh, yes. I wrote an essay for mother on it last semester. Ah. Of course you did. You... Do you think you could... Tell me how to make them maybe? What was that, Winnie? Can you tell me how to make some dumb candles? Or not. Whatever. I don't care. Oh, sure thing. I'd be happy to. Well, really, all you need is some wax. Either paraffin or beeswax or something like that. Ah. Hold on. Aren't the crayons from school made from paraffin? I... I kind of fed them to the baby dragon. I don't know. He seemed to like them. Aw, how cute. Well, if you do happen to find some wax, then you just mold the wax around a wick and you're done. Wicks can be anything. A piece of string or roe or something like that. Then you can just dip them into various dyes to change the candle's color if you want to. Aha. Wax, wick, dyes. Easy. Thanks. Thanks for nothing. Anytime, Winnie. I'm glad I could help. Okay. Wie krieg ich denn Jacobs Blume? I think I know the real reason you have that flower on. Something about, oh, a symbol of affection, hmm? What? I mean, no. No. Hmm. I wonder who you might be showing affection to then. Winnie. Shh. He he he. Well, tell you what. Give me some of those flowers and I'll keep as quiet as you want. But I've tried everything else. This is the last thing I have to show my love. Ah, yuck. Well, what else did you try then? Everything. I passed on so many messages to her in class. But alas. My poetry has fallen on deaf ears. My words yet to be consumed. My love as yet unrequited. All right. All right. Enough. That does seem odd though. Janneke isn't the type to just ignore someone completely. Come on. Just give me some flowers already, Jacob. But I've tried. Ah, yeah. Every life. All Janneke. Aff. Kann ich Janneke darauf ansprechen? Ah, ja. Say, Janneke. You haven't seen any letters around in class, have you? Huh? Letters? I don't think so, no. I'm not sure Mother would approve of notes being handed around in class, though. Typical. That's interesting, though. That means you haven't even seen them. Seen what? Okay. Kann ich Ihnen das jetzt schon sagen? Hey, Jacob. Nee. Das heißt, hier müssen irgendwo Briefe rumliegen. Hier sitzt bestimmt Janneke. Janneke? Ja. Jacob ist so messy. What a grub. Janneke, on the other hand. Typical perfect and neat. What a suck up. Right. Love letter. Love letter. Should be in here somewhere. It's all just rubbish. Wait. Huh? Is this it? Aha, it is. What a dork. He wrote it on a napkin of all things. Janneke didn't know to look for it. She probably just figured it was rubbish. It says, to my dearest Buttercup, the brightest of diamonds. Roses are red, violets are blue. I like you. Do you like me too? Signed Jacob. Wow. Never have more heartfelt words been put to paper. Okay. Kann ich das jetzt, äh, kann ich ja Janneke erstmal was sagen dazu? Nee. Okay. Äh. Kann ich ihr das denn geben? Eh. Maybe Jacob won't be too impressed by that. Better show it to him first. Okay. Hey, lover boy. Winnie. Shh. Settle down. I have good news for you. Kind of. Your so-called poetry wasn't ignored. It just... looked like rubbish. You mean... Janneke hasn't even read it yet? But of course. It all makes sense now. My words of pure, raw feeling. She couldn't possibly have read them without any emotional reaction. Oh, I'm sure they'll get a reaction all right. Maybe not the one you're after, though. I have no need for this nonsensical symbol when I have poetry on my side. Yes. Sehr gut. But, äh, Winnie, could you do me the favor of passing on my letter to Janneke? The true poet should never show his own hand to the... Yes, yes. Please, just... Enough already with the drama. Wow. Whatever could this be? I seem to have found it lying around. Could this be for you, Janneke? Oh, for me? This is so thoughtful. This is just what I wanted to see. Really? Oh, we still my beating heart. The moment has come for my majestic words to... Oh, Jacob. Oh, I think I've given him enough trouble for one day. Okay, können wir jetzt andere Sachen sehen? Aha, there's also a bit here about bees. This could be helpful. Apparently, bees' aggression is the result of pheromones excreted to communicate alarm to other bees. It goes on to say that blowing smoke onto them will inhibit this smell, reducing their hostility. Okay, also müssen wir wahrscheinlich Feuer unter dem Dings machen. Hier drunter irgendwie Feuer machen, aber wie? Oder kann ich einfach so Feuer der Drache? Okay. Blasebalk. Okay, für ihn brauchen wir einen Helm. Und ihn müssen wir irgendwie klar machen. Das, Mann. Da ist das Zauberbuch. Porträt, Porträt, Porträt. Okay. Stuhl. Können wir hier noch was an die Tafel malen? Nein. Once ist genug. Ich kann das überhaupt nicht aufnehmen. Okay. Haben wir dir noch was zu reden? Hey, Mutter. Winfried a... Okay, ich bin beschäftigt. Entschuldigung. Kram mit dem Schreibtisch. Apfel, Schlüssel, Familienporträt, Porträt, 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 Kreide, Tafelschwamm. Obwohl Mutter mich macht, bin ich nicht auf dem schrecklichen Ding. Okay. Haben wir hier noch irgendwas drin? Das hilft uns also nicht. Das hilft uns nicht. Hey, Janneke. Hi, Winnie. Was? Nee, den können wir auch nicht mehr reden. Ich hätte ja gern den Helm. Ah, ein Zertifikat. Die kennen wir doch. Ah, wir können aus dem Fenster gucken. Ah, okay. Kann ich hier denn jetzt hier? Naja, Rauch und so. Ich bin nicht sicher, was... Hm. Okay. Hilf uns also auch noch nicht weiter. Zertifikat, Trockenheiß, Reagenzgläser, Apparat, Bücher. Kann mit ihm noch irgendwas reden? Wir brauchen irgendwas Handschuhmäßiges für das Trockeneis. Wir brauchen hier... Müssen wir irgendwie... Brauchen wir Worte oder was? Und Jorinde? Ich will hier mit Jorinde reden. What to do, what to do. Irgendwas können wir anzünden, aber ich weiß nicht was. Hier ist eine voll süße Raupe. Jetzt ist sie gerade wieder weg. Hm. Können wir den Baum anzünden? Hey. Ich mache nichts für die Haupe. Das Ding dauert immer, um zu bauen. Wir müssten hier irgendwie... Irgendwie Feuer machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Oh, ich bin 10. Wir sehen. Können wir das... Ja, ein Buch... Buch verbrennen wir ja wahrscheinlich nicht. Kann ich hier was draufmalen? Okay. Oh, no. Noch nicht mal mit Kreide wird was auf das... auf das Dings gemalt. Oh mein Gott, könnte ja... könnte ja was passieren. Kann ich hier... Ich hätte gerne einen Tee. Den Schlüssel. Don't eat... Hm. Menno. Fenster? Lass es kurz, bitte, Wingfriede. Es ist schon kalt hier drin. Ah, es ist kalt hier drin. Warte, dann machen wir doch mal die Heizung an. Dafür brauchen wir bestimmt dann einen Drachen. So, feuriger Drache. Coole. Ah, es ist... So, take off all your clothes. Weren't you the one thing, it was a little chilly before? Well, fine. But at least open some windows to keep the room from becoming a furnace, please. Natürlich. Let's get you back to the Heizung, before Hans gets upset with us. Okay, super. Da haben wir noch mal ein Rätsel gelöst. Gleich kommen wir jetzt... Vielleicht können wir ja jetzt den Schlüssel mobsen, hier am Fenster. Hm. Hm. Is there any... This place... Go play with you. All right. Nee, können wir nicht. Der Blasebalk am Fenster macht auch keinen Sinn. Damit habe ich genug angestellt. Du hast noch gar nichts angestellt mit dem Blasebalk. Da ist die Raupe. Ähm. Jetzt ist das Fenster offen. Ja, super. Bringt uns ja voll viel. Kann ich denn mit dem Blasebalk am Trockeneis rumfummeln? Jetzt ist es alles mit Gas aus dem trockenen Eis. Ah. Kann ich das dann hier... Yay. Beekeeper. Dann haben wir scheinbar den... Bienenstock. Sehr gut. So. Äh. Wir brauchen noch ein Dock. Dafür brauchen wir wahrscheinlich das Jojo... von dem einen Typ da. Das Jojo kriegen wir, wenn wir ihm einen Helm geben. Kann ich ihm mit irgendwas tun? Die Wachse ist mir. Zeit, das zu Hans für die Kandeln zu machen. Achso. Kann ich doch schon Hans bringen. Vielleicht holt er dann das Wachs da raus. und wir haben noch die Hülle. Hey, have a look at this, Hans. These Wachs. Janneke said we can use this for candle making. Oh, great. I... I hope you didn't hurt yourself getting it down. Nope. I'm way too super clever for that. Well, I only need the wax inside. Yes, 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 yes. You mind taking the husk for me? That means we just need a wick to make the candles now. Nice work, Winnie. Let's see then. That means we still need something to make the wicks out of for the candles. Something to make blue dye. Something to make p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Something to make to somehow send in. Ah, still so worried. Ja, 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 ja. Okay, können wir ihm das denn auch schon geben? Here for the blue dye. Will this be alright? I don't need all these flowers. I'll just take enough for the dye. Well, let's see then. Ja, 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 ja. Okay, damit haben wir jetzt einen leeren Bienenstock, den wir bestimmt dem einen Kerl da als Helm geben können. Dafür kriegen wir das Jojo. Dann haben wir einen Docht. Hier, leerer Bienenstock. Wilhelm, der wart. Hm, ich wundere. Er stammt sich an ihn selbst und das wäre hart genug, um seine Hände zu beschützen. Ja, eben. Hey, Wilhelm. Was ist denn, Winnie? Denkst du, ich könnte dir das für dein Jojo? Get out. What do I want with some stinking beehive? Beehive? Huh? No, this is a helmet. Don't you see? See, there's the, uh, eye hole. One? Hello, Winnie. I have two eyes. Duh. It's, uh, it's better for your perception that way. Or something. And cooler. So you'll look super cool. And you'll be protected from your yo-yo. Super cool, you say? All I want is to borrow your yo-yo. Just for a little bit. Mm, alright. Yes. If you say so. But you better give it straight back, yeah? Yeah. Psh. Of course. How is it? Super cool? Cool, right? Oh yeah, absolutely. The coolest. Yeah, sweet. Sweet, ey. Sweet. So, ich glaube, wir haben einen Docht. Hey, Hans. Will die String an diesem Werk für die Kandelwick? Das ist großartig, Winnie. Gute Arbeit. Let's see then. Ja, 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 ja. So, können wir jetzt ins Buch gucken für die anderen Sachen? According to Hans. Aha. There's also apparently, es geht an, zu sagen, dass... Toll. Will das vielleicht als weiße Farbe benutzen? I'm not sure. But would this work for a white candle? Chalk? Yeah. Yeah, that should do nicely. Let's see. Something to somehow say. And there's two more. Lila. According to Hans. Parent goes... Es steht jetzt nix über was für andere. Ach so, die Trauben sind wahrscheinlich lila. Die Trauben sind wahrscheinlich lila. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge mal probieren, an die Trauben ranzukommen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Anna's Quest. Sponsored bei Gamesplanet. Das vergesse ich so oft. Aber ihr könnt mal gerne auf Gamesplanet vorbeischauen. Am besten über den Link in der Beschreibung. Da gibt's immer günstige Spiele. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Anna's Quest. Macht's gut. Tschüsschen. 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 Bis zum nächsten Mal.